Crossover. Ja, crazy. Oh, da versteckt sich einfach ein Birdie. Guck mal, wie der guckt. Vier von sechs. Ich hoffe, ich habe noch keinen übersehen. Aber einen dürfte ich noch keinen übersehen haben. Außer in der Welt, wo sich das rumgedreht hat, war auch einer versteckt. Den habe ich dann clearly übersehen. Weil da habe ich jetzt wirklich nur darauf geachtet, dass ich das Ding schaffe. Hier ist noch einer. Und dann sind wir bei fünf von sechs. Meint ihr ein Birdie? Hat sich in der Boss-Dings versteckt? Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Oder? Oh! Frech. ich glaube halt einfach nicht dass der beim boss ist ein inneres sagt mir dass es nicht so ist wahrscheinlich nichts besonderes ich glaube es kommt hier auch kein birdie mehr da ist er Leute guckt euch wie er sich da versteckt hat man 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 ich frag mich jetzt nur welches level jetzt beenden würde würde ich ja nicht die blume mitnehmen ich muss die blume ja schon ans ende bringen damit ich die erhalte denke ich zumindest also das dürft ihr mir gerne sagen wenn es nicht so ist aber wenn man jetzt noch mal zum zweiten mal was im level einsammelt muss man noch mal ins ziel kommen damit man es auch wirklich einsammelt oder also ich kann jetzt nicht einfach das ding einsammeln und dann das level beenden würde ja eigentlich keinen sinn machen gerade dadurch werden glaube ich die letzten boske was war da denn los okay man kann auch mit dem links oben dem bumper kann man try it ja das will ich ja eben nicht weil welches jetzt try muss ich einfach noch mal machen wenn es nicht so ist deswegen frage ich lieber erst und macht es nur wenn ihr es wisst andersrum macht es ja keinen sinn mit dem linken oben kann man übrigens auch eine stampfattacke machen in case you didn't know das wird mir sonst zu wild und jetzt noch den boss damit habe ich beim ersten mischen verarscht er hat einfach noch mal geschafft was ich ja wir wir nur das wir wir Da haben wir es. Auch hier die rote Blume. Da würde ich mir mal Gedanken machen. Das ist fies, Pasi. Warum bist du so? Juhu, Boden-Birdie gefunden. Nun, dann darf ich dir wohl das hier überreichen. Ich habe noch eine Bitte. Ich benötige folgendes. Dreimal Krebs. Die Krebse hängen gerne am Meeresgrund ab. Ich bräuchte drei davon. Einfach mit einem Ei bewerfen. Sag mal, wie viel willst du denn? Ich brauche doch auch noch Krebs. Ich glaube, es hakt. Ich glaube, es hakt. Wenn er gleich noch solche Birdies braucht, die fliegen. Müssen wir einfach auch noch mal in das andere Level. Uff. Einmal Krebs würde ich ja schon scheiße finden. Sehr gut, Dennis. Autsch. Dreimal Krebs ist sehr viel schlimmer als drei Krebse. Ne, nicht so. So hätte man das nämlich eigentlich machen sollen. Ohne den einen Hit, den wir hier bekommen haben. Ich weiß, so ein Krebs ist zwar sehr groß, aber trotzdem müssen wir die Augen aufhalten. Da ist er schon. Zum Beispiel. Zwei von drei, jawohl. Ein Krebs noch. Einfach alles da verprügelt, ey. So ein Krebs ist halt nur eigentlich auch sehr groß. Also so gut verstecken kann er sich jetzt nicht. Sollten wir eigentlich nicht verfehlen. Hoffe ich. War eine gute Entscheidung übrigens, dass wir den rosa Yoshi genommen haben. Der ist echt schön. Mag den. Mag im Umkehrschluss aber auch die rosa Shy Guys total gerne. Und da ist der letzte. Tada. Drei Krebs. Der rechnet das aber tatsächlich an, wenn man das Level dann beendet. Der rechnet das an. Ratet mal, wer sich gerade das Spiel bestellt hat. Jawohl, Mandarina. Sehr gut. Jo, Krebs gefunden. Dann darf ich dir wohl das hier überreichen. Damit haben wir ihn jetzt auch vollständig glücklich gemacht. Das ist doch schön. Jetzt geht es erstmal wieder in die Spiele. Uiuiui. Mega. Ja, Mann. Neun Stück. Wir haben das Wasserrad. Gott sieht doch süß aus. Ich lieb's. Ein lila Fisch. Ein Flaschendeckel. Auch schön. Ein hellblauer Fisch. Mhm. Ein Piratenschiff. Ui. Ein Leuchtturm. Oh Gott, ist der süß. Eine blaue Kaffeesahne. Das ist eigentlich traurig, weil sowas schmeißen Leute einfach in die Meere, Freunde. Das ist nicht gut. Freunde, Water Pollution ist wirklich ein ganz, ganz großes Thema. Ist nicht witzig. Kaltwasserbottich. Auch der. Und ein Kugelfisch. Oh mein Gott. Freunde, ich weiß gar nicht, was ich davon anziehen will. Der Leuchtturm ist halt schon übersüß. In all diesen Fischen ist Mikroplastik. Auf geht's ins Los-Los-Land. Alter, die Kaffeesahne, das ist ja wohl ein No-Brainer. Oh. Uff. Ich bin so kaputt. Hätte ich doch nur fünf Grinseblumen. Grinseblumen. Ich komm nicht klar, ich komm nicht auf. Was ist passiert? Die Sonne lacht, Freunde. Jawohl. Rico hat auch einen Montes-Sub. Ich heule. Rico, du absoluter Ehrenmann. Aber du hast dann weniger Schutz. Oh, das ist richtig, Raijus. Danke, es geht mir schon so viel besser. Los-Los-Land. Herzlich willkommen. Schnuffel auf der Rolle. Freunde. Das ist jetzt, glaube ich, das erste Level. Wo wir mit Schnuffel interagieren. Oh, dann habe ich nur noch drei Schutz. Dann nehmen wir lieber das Wasserrad. Das ist auch süß. Schnuffel. Oh Gott, oh Gott, da seht ihr den schon unten in dem Bild. Ich bin kurz davor, einen Herzinfarkt zu kriegen, weil ich das so süß finde. Ja, bis 17 Uhr sollte mein Paket heute ankommen. Wir haben 17.37 Uhr. Ich würde sagen, es kam nicht an. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie genau das hier mit Schnuffel abläuft. Ob man den dann irgendwann steuern kann oder I don't know. Ich habe die Demo zum Glück halt ehrlich gesagt nicht gespielt. Und das finde ich eigentlich halt gut, weil ich dadurch halt gar nichts weiß. Ne, Raijus wird heute nicht mehr kommen. Bist du allergisch gegen Niedlichkeit? Ist so in etwa, ja. Muss man sich hier wieder Sorgen und Gedanken machen. Dass man alles findet und alles einsammelt. Was ist hinter diesem Schaf? Ich weiß, du versteckst irgendwas. Zum Beispiel den Kleinen hier mit seiner Blume. Boah, das war frech. Nicht nur so ein bisschen demütig. Bam, bam, bam. Mann, ich will... Da oben hin! Ah! Mann, oh Mann! Das war eine Geburt. Heiz-Zero-LP. Du, 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 du. Bam, bam, bam. Oh. Sehr schön. Ja, da will ich ja natürlich auch nach oben. Oh, oh. Wir müssen bei dem locker später die Schafe sammeln. Weil die verstecken sich ein bisschen gemein. Easy. Jetzt versteckst du dich hier so, hm? Kleiner. Ich find's süß, dass die sich immer noch da verstecken. Wo die halt sich vorher versteckt haben. Auch wenn da keine Büsche mehr sind. Und die denken immer noch, die haben sich versteckt. Super knuffig. Und. Oh. Voll schön. Oh, da hinten ist unser Geschenk. Oh ja. Schnell einsammeln. Brauchen ja auch 20 Leben, Freunde. Ah. Aha. Wir müssen locker am Ende, wenn wir die Souvenirs sammeln, die Schafe finden. Weil eins ist sogar da oben auf dem Baum. Guckt mal oben links. Selbst da ist ein Schaf. Pat. Au. Das war frisch. Ach, das sollen kleine Schnecken sein. Ach Gott. Wisst ihr, manchmal denke ich einfach nur, dass das Materialien sind und Wege, auf denen ich laufe. Und dann seh ich halt erst, was das überhaupt ist. Und fang fast an zu heulen. Fuck. Nein. Und ich treffe mal wieder nur den davor. Das gibt's doch nicht. Warum bin ich denn so kacke im Zielen? Sagte er und brauchte sieben Treffer, um den da zu kriegen. Oh. Da. Hallo, mein Schatz. Hallo, Thomas. Na? Wie geht's dir? Ich hoffe, dir geht's gut. Ich bin ein kleines Wasserrad, Leute. Hallo. Please don't hurt me. I have feelings. Tada. Angemessen. Ich hoffe bei dir auch. Ja, sie. Alles. Gudi. Was ist denn hier los? Ich komme noch nicht so ganz damit klar, wo 3D ist und wo nicht, wer jetzt auf welcher Ebene rum düst. Hier hinter ist irgendwas. Tada. Ah ja. Eine Blume habe ich schon verkackt, indem ich das ja gerade nicht geschafft habe. Ich wundere mich immer, warum mir da eine Blume fehlt. Ja. Ich weiß warum. Komm her. Hoch. Frech. Da ist er. Das hier ist Schnuffel. Zuckersüß, nicht wahr? Er rennt immer in die Richtung, in die Yoshi gerade schaut. Ich liebe den Hund mehr als mein Leben. Gott, bist du süß. Müssen wir einmal ganz kurz hier warten. Mein liebster Schnuffel. Komm, weiter gehen. Komm her. Good boy. Der hatte das einfach und sehr gut gemacht. Ich will mir noch ein paar mehr Eier mitnehmen. So. Eins. Hey. Die Münze nehmen wir auch mit. Oh. Gut, dass er gesprungen ist. Irgendwo hier oben. Oh Gott, muss ich auf dir drauf und dann musst du springen und ich muss dann auch nochmal springen. Oh Gott, das will. Eichler haben wir auch mal ein paar Eier mitnehmen. Eichler haben wir auch. Die Münze nehmen wir mit. Gut für ihr Spielo. Eichler haben wir auch schon ganz schön knapp. Eichler haben wir auch schon ganz schön knapp. Hallo. Nein, ich. Oh Gott. Oh nein. Nein. Ich habe den Hund abgeschossen. Es tut mir so leid. Ich bin so sorry. Little Doggo. Bitte, nicht schade mich. Jawohl. War ja abzusehen, dass da was ist. Eigentlich sollte ich unten zu dem Ding hinschießen. Ach, ha, kann ich gar nicht. Oh, das hat wirklich heutzutage. Ach ne, weil ich das so hier anschießen muss. Ay caramba, ist ganz anders hier gedacht. Oh, höre ich das Spiel, oh. Da ist er. Kriegen wir auch wieder die 20? Jawoll. Müsste ich nicht theoretisch eigentlich so da hoch springen können? Er nennt mich auch krasser Dude von Wiens. Boing. Nee. Bitte, was habe ich denn alles verpasst? Ich habe fünf Münzen und die letzte Blumenwühl verpasst. Wo soll die denn gewesen sein? Aki Kosato. Danke sehr. Dick ein Hype in den Chat, bitte. Fast schon ein ganzes Jahr. Danke für elf Monate, Aki Kosato. Herzlichen Dank. So muss ein Hype aussehen. Jawoll. Danke sehr. Haut die LCB-Hs in den Chat, Freunde. Das ganze Ding kann man einfach wegschießen. Das ist ein Irre. Vielleicht muss man mit Schnuffeln ganz an den Anfang gehen. Kann ich mir auch gut vorstellen. Leider kann hier hinter Schnuffel da nicht mitkommen. Komm bald zurück. Uns fehlen noch vier Stück. Habe ich echt so viel übersehen. Bis dann, Fabi. Schön, dass du hier warst. Ich hoffe, du hast viel Spaß mit dem, was du jetzt machst. Nicht an einem Zuckerschock sterben. Ich tue mein Bestes. Kann es nicht versprechen. Oh, Essen. Ja, ich habe auch so Hunger. Essen wäre eine gute Idee. Wo könnte ich noch was übersehen haben? Weil das sind ja nicht ein paar Münzen. Das sind ja... Oh. Vier Stück. Wieder zu Hause, aber ohne Henry. No. Jasmin, dich erwartet hier gerade das süßeste Spiel, was du je in deinem Leben gesehen hast. Ist hier noch irgendwas versteckt? Hm, 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 hm. Wie der da unten einfach steht. Der chillte einfach. Ich stehe hier. Da oben haben wir die Truhe schon aufgeschossen. Und uns fehlt halt auch noch die letzte Blume, was mich halt noch mehr schockiert. Weil gerade so Blumen und solche Geschichten, die sehe ich ja eigentlich. Aber anscheinend nicht. Oh. 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 Na. Hallo. Weiter geht's. Schnuffel. Die Musik macht dich langsam, aber sicher krank. Fühle ich. Kann ich verstehen. So ein bisschen wie das Arielle-Level bei Kingdom Hearts Burst. Bei Sleepy ist das, glaube ich, der Teil. Under the sea. Hm, hm. Warum ist unter den Schafen eigentlich ein schwarzes? Wahrscheinlich, weil man später, wie gesagt, die Schafe hier finden muss. Ich habe keine Eier mehr. Ich wusste nicht, wann ich euch das irgendwann mal sagen soll, Chat. Aber ich habe keine Eier mehr. Jetzt wisst ihr Bescheid. Hier oben war einer versteckt. Oh, da gibt es Eier. Das ist was für mich. Okay. Okay.